Ach cool Bis... Ne, bis 18 Uhr und dann kann er komplett entladen. Ah, ich bastel erst mal 64k Storage. Macht das. Dauert ja nicht lange, ne? Warte kurz! Ich brauch nur noch 3 Eisen und ein bisschen Redstone und dann hab ich einen. Okay. Obwohl kriegen wir noch bis 20 Uhr Strom. Oh, jetzt 20 Uhr. Fertig. Ja. Hm. Oder um 6 Uhr. Ja, Soundmorphle hat's Maul. Funktionier doch einfach mal, du Stock, Alter. Stell dir nicht so an. Stell dir aber gerne an. Außer wir sind ja gar nicht. Ja. 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 ein brauchspark start up 84 in wäbel plus site was ist denn unten auf englisch bottom aber sonst noch da sie finden dass er daumen bei ich probiere es da um die erste sind behindert genauso wie du er geht immer noch nicht für mich verarschen ist aber nur schlecht weit hallo ECHO Hallo Endzeit ist falsch AXID AXID Warum nicht gleich so Klar Aktuelle Zeit 20.04 Yay 9 Stunden Ja hier Minecraft Nur egal Ohhhh Zentos ein Essen Der holt sich Nom Nom Der Fressack Jetzt hier nachher Hä, beide müssten auf Das sind beide aufgenommen In dieser Fühle mit dir Hmhm Zentos schlagen Grrrr Dann prügel den auf ein Herz runter Komm schon Ok Oder bau den mit Obsidian ein Oder Bedrock? Ne, geht nicht. Ist das nicht eigentlich Mobbing? Quatsch. Quatsch. Was ist denn da drauf? Oh, der hat's gewöhnt. Oh, das nervt. Wollte sich doch nicht töten. Trotzdem, lass den Scheiß. Können wir nie machen, Centus. Wollte ich machen. Wärst mal keinem ausgemacht. Hallo? Kannst du nicht Nomnom machen? Reicht, dass ich das schon einmal gemacht habe. Reicht schon, dass es mal gemacht hat. Wem ist das Haus hier? Oh, da war ne Fliege. Meins. Oh, wunderschön. Pisser Black, echt. Ey, ich meine Pisser Black. No. Bisser Black LP, Hade. Bisser Black. Ernsthaft? Was denn? Hast du dich so genannt? Black. Soll ich mich so genannt haben? Halt auch nicht drauf, was er immer sagt. Ja, man weiß es ja nie. Ah, WTF-Labor hat nur Scheiße. Hä, was? Ist ja auch nichts Neues, aber... Man munkelt, man munkelt. Nee. Irgendwie ja nicht mehr. Dass denn du Scheiße ist? Ja, das weiß schon jeder. So oder so Scheiße, also. Siehste? Ja, mein leichtes Problem. Hm? Was denn? In Minecraft gibt's doch diese Gase, ne? Ja, klar. In echtem Leben auch. Das ist doch ein Problem, Alter. Du bist so behindert, ne? Hä, aber... Kannst du mich doch nicht beleidigen als Behindert? Gehst du aber nur durchgehend am Kacken, Alter. Ja. Aber er ist nicht Pinner. Aber er ist nicht Pinner. Er ist nicht Pinner, der ist schon spezielle... Er hat nur spezielle Bedürfnisse, ja. Ja. Besonders wie du, ne? Ja. Ja. Ja, besonders wie er. Es ist nur, wir sind zwei... Wir sind zwei... Sonderbare Kinder. Doch. Das ist so. Sonderbare Kinder. Besonders alles. Nö. Das ist jetzt nicht fair, das... Also das ist jetzt nicht nett, das... Nee, das ist unfair. Ja. Das ist nicht... Das ist nicht nett sein, Tust. Was kommst du eigentlich schon wieder hier unten in meiner Höhle rum, he? Kein Hobby? Ja, nix. Hä? Was machst du hier? Ja, nix. Was hast du hier gemacht? Ich hab da unten nix gemacht. Plänte irgendwo anders deine Bomben hin. Hm? Plänte woanders deine Bomben hin. Ich vertraue dir ja nicht. Hm. Mö, ich auch. Deine Nukes, ne? Genau. Wenn man nicht mal nichts vertrauen kann, dann ist das Black. Ja, das ist echt so voll vertrauen. Bei Flash mach ich ja nicht. Das ist nett. Flasch mach ich nix. Du hast ja schon mal einen Pluspunkt verdient. Aber nur einen. Aber... Mehr, ne? Die musste die Harder arbeiten. Zuh, zuh, zuh. Du musst meine Axt noch machen. Weißt du nix? Oh, stimmt. Ja, hab ich vergessen. Weil ich hab kurz was bei Blood Magic gemacht. So. Ja. Slut. Slut. Slut Magic. Was auch alles kommen. Okay. Das geht auch. Was? Hm. Lass. 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 Die ist spitze. Dann kriegst du Obsidien raus. Okay. Hm. Ist dick. Viel einfacher. Kann man einfach Wasser reinmachen und Lava einfach verbrauchen. Geht auch mit den Zellen. Ja. Schon wieder kein Kack... Ach doch. Schon wieder kein Kobbel... Ach, kein Stone. Kein Stone zum Rauchen. So. Jetzt müssen wir mal schauen, ob's funktioniert. Gleich. Ladies and Gentlemen. Ja, Mann. Oder ich geh einfach an den Kniehackstrudel. Kniehackstrudel. So. Und den alten Strudel. Neuerunde Bienen. Er hat wieder Säcke vor der Tür gelassen, ne? Frechheit hier bei euch. So selber. Absolute Frechheit. Ne? Doch. Absolute Frechheit. Als Frau. Als Frau. Als Frau. Als... Centus. Auf jeden Fall. Mmh... Jetzt will Tenor noch diskriminieren. Was bin ich denn da? Tenor? Für was? Was war's? Äh, wo sind denn die Scheiß? Äh, die heißen noch Lead... Leadpipes oder wie heißen die? Lead-Energy-Con... Energy-Con... Energy-Con-Drucks. Äh, hier ist ein Mining-Grill in der Bedrock, kann ich ihn rausnehmen. Energy... Nein, das ist meiner. Ja, der ist voll. Ich weiß. Er ist die ganze Zeit schon da voll. Doch, ist das seine. Auf seine Bed-Box. Ja. Flash behält immer alles für sich. Sicherlich. Boah, ich hab die mal eben, es braucht die Bed-Box. Warum? Nein, Flash behält nicht immer alles für sich, er teilt ja mit mir zum Beispiel. Also... Was machst du? Ach, wegen dem scheiß Wireless-Ding. Ja. Boah, kauf dir... Kauf dir Oma oder so. Kauf dir Oma. Ha! So laut! Hoffentlich. Hoffentlich ist das laut. Hoffentlich wär's auch noch dann richtig hart drangenommen. Deswegen. So laut ist. Nom 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 nom. Na, was gibt's? Oh, meine erste Hardened-Energy-Cell ist fast voll... Pizza. Pizza. Du bist doch dauerhaft nur am Fressen, ne? Wo ich nachmittag dachte, Baguette, jetzt Pizza. Ja, kein Wunder, ne? Dass er Hunger hat. Nö, das kommt nicht davon. Ach ja, nee. Nein, der kommt wirklich nicht. Ich hab aber auch Hunger. Wieder. Yo. Das ist normal bei mir, dass ich Hunger habe. Ja, mhm. Das ist normal bei jedem, wenn ich... Das ist Perme am Fressen. Ich hab jetzt ne ganze Zeit wieder nix gegessen gehabt. Ja, genau seit um drei. Ja, ich promise. Kann so ein, ja. Obwohl, ne, um fünf. Ach, jetzt Maul. Ach, jetzt Maul. Maul, ich promise. Beide noch ein BBC genommen. Ne. Ne. Ich muss da auch am Fressen. Hä? Wer? Im Black. Ich glaube nicht. Doch. Doch vielleicht ein paar mit. Es sind alle beide. Ja. Ist das scheiße. Ne, du Wichser. Das fand ich jetzt verletzend. Nein. Motivativ. Ja, ich mein, aber das ist... Ich mein, ich mein... Ich mein... Da ist das... Haben wir da? Haben wir da? Haben wir da? Ach, hier kommt kein Strom rein, weil's Nacht ist. Ja. Ach, was. Mensch!